Was geht ab Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video sprechen wir mal über den Kryptomarkt und meine persönliche Einschätzung, was ich denn jetzt so in nächster Zeit vom Markt erwarte. Zusätzlich gibt es neue Informationen zu VRA und es sind positive News zu einem Projekt rausgekommen, mit denen ich ehrlich gesagt nie mehr gerechnet hatte. Also heute auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Input und damit du das Ganze nicht verpasst und immer up to date bist, bleib auf jeden Fall dran. Vor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. An der Stelle recht herzlichen Dank für das riesige Feedback zu dem Portfolio Video und ich habe dort ja auch das 10.000 Abonnenten Giveaway angekündigt, denn ich verlose 1.000 USDC an euch und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist auf dieses Video hier zu klicken, also mein persönliches Portfolio in die Kommentare, ein cooles Kommentar reinzuschreiben und eure Solana Wallet Adresse und dann nehmt ihr schon dran teil und nächste Woche Montag werde ich das Ganze dann auch auslosen. Heute wollen wir aber mal ein bisschen über den Markt sprechen und zusätzlich kam sogar etwas zu Veracity raus und zu einem Projekt, mit dem ich ehrlich gesagt echt nie wieder gerechnet hatte. Aber bevor wir damit beginnen, auf jeden Fall schon mal auf den Daumen nach oben drücken, damit mehr Leuten dieses Video angezeigt wird und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lass gerne ein Abo da, denn hier bekommst du tagtäglich News und Input zu neuen Kryptoprojekten, Portfoliobewertungen, Marktupdates, meine Meinung zu diversen Projekten und das Wichtigste beim Investieren, dein eigenes Mindset. Und wir stehen aktuell bei 10.600 Abonnenten, an der Stelle recht herzlichen Dank für jeden einzelnen Support. Wir gehen auch direkt mal in den Markt, wir sehen, der Markt hält sich wirklich stabil, es ist eigentlich sehr, sehr ruhig, nachdem wir beim Bitcoin jetzt im Laufe der letzten Woche eigentlich eher eine korrektive Phase gesehen haben, hat sich das Ganze jetzt auf die letzten 24 Stunden doch wieder recht stabilisiert, ja, zumindest beim Bitcoin, ja. Auf die letzten 7 Tage sind wir immer noch 4,76% im Minus und ja, man sieht es hier, die 30 Tage, die dümpeln halt umher bei plus minus 0. Aber wir sehen es halt bei anderen Altcoins, ganz vorne auch hier Ethereum, haben wir hier eine etwas größere Korrektur, ja. Auf die letzten 30 Tage jetzt 12% und wenn ich hier mal ein bisschen runterscrolle, sieht man halt, dass jetzt nach diesem sagenhaften Aufstieg des Kryptomarktes jetzt aktuell doch eher eine Korrektur da ist, ja. Wenn wir uns den Bitcoin mal als solches anschauen, wir stehen aktuell bei 67.000 Dollar, waren ja bei über 73.000 Dollar, also das All-Time-High liegt ja genau dort. Und ihr kennt ja meine Meinung, ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir dieses Jahr ein durchweg grünes Jahr sehen werden, so wie hier 2017. Zum allerersten Mal sind wir jetzt hier monatlich im Minus, natürlich dadurch auch im zweiten Quartal, weil das zweite Quartal ja jetzt auch begonnen hat. Aber man muss wirklich sagen, das Jahr hat sehr, sehr stark begonnen, insbesondere für den Bitcoin. Und es kamen wirklich bullische Stimmungen auf. Die Menschen wurden gierig, ja. Und da kommen wir auch zur nächsten Sache. Wir befinden uns halt immer noch im Bereich der Gier. Und jetzt schon wieder im Bereich der extremen Gier. Wir sind noch sehr, sehr weit von diesen richtigen Korrekturen entfernt, ja. Weil ich werde auch immer wieder gefragt, Hey Daniel, ist das denn jetzt so eine Korrektur? Wie verhältst du dich? Soll ich lieber irgendwelche Projekte verkaufen, bevor ich nochmal ein bisschen mehr Minus mache? Als wir jetzt vor einigen Tagen eine etwas größere Korrektur innerhalb von 24 Stunden gesehen hatten, habe ich einige Nachrichten bekommen, ob es sich nicht lohnen würde, jetzt einige Assets zu verkaufen und dann noch auf günstigere Kurse zu warten. Und das ist sehr fatal in einer Korrektur. Meiner Meinung nach sollte man in einer Korrektur überhaupt nicht ans Verkaufen denken, sondern ausschließlich nur über das Kaufen nachdenken. Ja, es kann manchmal hart sein, wenn man kurzzeitig unter Wasser ist. Auch ich bin bei manchen Positionen unter Wasser. Aber ich bin ja hier jetzt nicht unbedingt für einige Tage oder einen Monat in diesem Markt aktiv. Ich weiß ganz genau, dass wir jetzt noch innerhalb der nächsten Monate massive Aufwärtsbewegungen sehen werden. Und diejenigen, die halt diese Entscheidung getroffen haben, einige ihrer Assets zu verkaufen an diesem Korrekturtag, sind unter anderem jetzt wieder im Plus auf dieser Position. Wenn man jetzt halt nachkaufen würde, würde man teurer nachkaufen, als zu dem Zeitpunkt, wo man verkauft hat. Und das ist halt sehr, sehr oft der Fall. Und das passiert halt sehr, sehr vielen Leuten. Und deswegen würde ich halt niemals, wie ich gerade schon gesagt habe, in einer Korrektur übers Verkaufen nachdenken, sondern ausschließlich nur übers Kaufen. Und ich sage es auch immer wieder, das Wichtigste beim Investieren ist die Liquidität. Habt niemals 100% irgendwie im Kryptospace investiert. Habt immer noch Geld auf Seite, um in Korrekturphasen halt handeln zu können. No financial advice, do your own research. Ich sage es in jedem Video. Aber diejenigen, die meine Videos auch aktiv verfolgen, die wissen, dass ich ein ganz, ganz großer Fan von Liquidität bin. Weil man ärgert sich an solchen Tagen, wenn meine Korrektur da ist, dass man halt nicht mehr Geld hat zum Investieren. Und der einzige Grund, weshalb man überhaupt darüber nachdenkt, Assets zu verkaufen und günstiger einzukaufen, ist, weil man keine Liquidität besitzt. Deswegen immer einen Teil als liquide Mittel auf der Seite haben. Dann ist man auf jeden Fall sehr, sehr stabil in diesem Markt unterwegs. Wenn wir uns mal die Marktkapitalisierung insgesamt anschauen, sieht das Ganze halt immer noch sehr, sehr positiv aus. Ja, obwohl etwas bärische Stimmung aufkommt, sehen wir halt am Markt hat sich jetzt nicht unbedingt viel verändert. Ja, wir stehen aktuell bei 2,6 Billionen US-Dollar. Wir waren hier ja zwischenzeitlich auch mal auf 2,8, ja fast 2,9 Billionen US-Dollar. Und das Ganze hält sich halt super stabil. Und solche Korrekturen sind ja ganz normal. Es kann natürlich sein, dass Bitcoin jetzt nochmal auf 50k oder so fällt. Gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr davon aus. Aber wenn es passiert, ist es doch ein wahres Geschenk. Weil uns einfach noch günstigere Kurse ermöglicht werden, zu denen wir dann unsere Altcoin-Position erhöhen können. Und das habe ich ja auch schon sehr, sehr oft gesagt. Meine persönliche Strategie sieht halt so aus, dass ich auf eine große Korrektur warte, dort erneut meine Position massiv erweitere und dann beim nächsten Aufschwung sehr, sehr viele Profite dann auch nehme und Step by Step auch aus den Positionen rausgehe. Vor allem, wenn Bitcoin halt die 100.000 US-Dollar-Marke durchbricht. Was vor allem dafür sorgt, dass halt diese Marktkapitalisierung nicht nur stabil ist, sondern dennoch sehr, sehr bullische Stimmung am Markt herrscht, sind die Meme-Coins. Und da habe ich hier mal auf BeInCrypto diesen Artikel hier rausgesucht. Weil ehrlich gesagt, kann ich mich an kein Jahr erinnern, wo es im Kryptomarkt so eine Meme-Coin-Season gegeben hat, wie jetzt. Also wo wirklich über so einen langen Zeitraum Meme-Coins extrem gepusht haben. Und immer noch sehr, sehr stark pushen. Ja, und ich habe ja letztens auch ein Video gemacht, wie man Solana-Meme-Coins richtig handelt. Verlinke ich auch mal gern oben in der Infobox. Also wenn du dich für Solana-Meme-Coin-Trading interessierst, guck es dir gerne an. Da habe ich das Ganze mal detailliert erklärt, wie man das Ganze macht. Und Meme-Coins sind der mit Abstand erfolgreichste Kryptosektor im ersten Quartal diesen Jahres gewesen. Mit einem Anstieg von 1300%. Und hier haben sie es auch noch genauer geschrieben. Meme-Coins haben alle anderen Kryptosektoren outperformed. Und vor allem Brett. Brett ist ja der Base-Meme-Coin. Der hat einen Kursanstieg hingelegt von 7727%. A Dog with Hat 2721%. Und da war schon extremer Hype vorhanden. Und hier wird einmal erklärt, wie groß wirklich dieser Unterschied gewesen ist. Ja, denn Meme-Coins haben den Bereich Real-World-Assets um das 4,6-fache übertroffen. Denn Real-World-Assets hat eine Rendite erzielt von 285%. AI mit 222%. DeFi hier mit 98%. Und DePin mit 81%. Und ich finde dieses Bild hier schon sehr aussagekräftig, wenn man bedenkt, was wirklich bei Meme-Coins abgeht. Und Meme-Coins gehören halt dem Bereich an, der das meiste dumme Geld in den Markt reinbringt. Und ich habe es auch in einem der damaligen Markt-Updates mal gesagt, wir brauchen halt solche Storys, damit wirklich richtiger Hype im Markt entsteht. Wenn man mal an 2021 zurückdenkt, da sind die meisten Leute durch Shiba Inu in den Markt gekommen. Und wenn das Ganze jetzt hier noch weiter vermarktet wird, es gibt sogar die ersten Artikel, die jetzt rauskommen, dass jemand mit Meme-Coins Millionär geworden ist. Und dadurch kommen halt sehr, sehr viele Menschen in den Markt, weil sie sich denken, hey, ich habe hier die gleiche Chance wie alle anderen. Zugegeben, man hat irgendwo die gleiche Chance, aber oftmals sind diese Personen ja dann zu spät und investieren ohne jegliches Wissen in irgendwelche Meme-Coins und verlieren dann auch oftmals ihr Geld. Ja, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, was hier mit Meme-Coins zukünftig noch passiert. Und neben Brett auf der Base-Chain, was ja auch eine sehr, sehr interessante Blockchain ist, habe ich ja letztens auch in dem April-Video mal gesagt, dass das ein Sektor ist, der sehr interessant ist, ist eine weitere Chain, die hinsichtlich Meme-Coins auch interessant sein kann, Blast oder Blast. Ja, und da gibt es ein Projekt, welches demnächst auch startet und zwar Fuel on Blast. Das wollte ich an der Stelle mal ganz kurz hier erwähnen. Da habe ich vor kurzem auch im Private Sale teilgenommen. Das startet jetzt demnächst auch über einige Launchpads. Launchpads werde ich dann auch gerne mal hier bekannt geben, wenn das Ganze dann wirklich startet. Und was man hier bei diesem Projekt halt machen kann, ist seine eigenen Token zu kreieren und zwar auf Blast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Blockchain als solches auch die nächsten Hype-Projekte rausbringen wird. Es gibt auch schon einige Meme-Coins, die auf Blast laufen. Es ist halt eine sehr, sehr neue Chain, genauso wie eben auch Base, was dann aber trotzdem für eine unfassbar große Chance sorgen kann. Genauso wie damals, als die Binance Smart Chain halt herausgekommen ist. Ja, und es bleibt auf jeden Fall spannend, was hier noch alles so gehen wird hinsichtlich Meme-Coins. Aber das wollte ich hier an der Stelle mal ganz kurz erwähnen, dass man das einfach mal ein bisschen im Hinterkopf hat. Ich werde das Ganze auch auf X direkt teilen, wenn ich weiß, wann das Ganze gelauncht wird. Also deswegen auch unbedingt mal auf X folgen. Den Link zu X findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt mal zu zwei Altcoin-News. Zum einen VRA. Ich habe ja erst vor kurzem hier ein Video gemacht, also vor zwei Tagen, ob ich meine VRA verkauft habe. Und die Antwort darauf, ich habe meine VRA nicht verkauft, aber meine Meinung und meine Einschätzung zu diesem Projekt hat sich halt verändert. So, und jetzt kam ein Tweet heraus, und zwar dieser hier, beziehungsweise ein Artikel auf Twitter, wo sie das Ganze noch mal etwas besser beleuchtet haben und besser erklärt haben, wie halt diese Proof-of-View-Migration und dieses Zwei-Token-System halt funktionieren soll. Ich habe es ja auch in dem letzten Video mal gesagt, wenn das Ganze zukünftig so sein sollte, wie bei WeChain und VTO, wäre das grundsätzlich sehr, sehr positiv für das Projekt. Und hier haben sie das Ganze auch noch mal ganz genau erklärt, wie das Ganze dann halt auch zukünftig ablaufen wird. Sie betonen hier vor allem, dass das Ganze keinerlei Auswirkungen hat auf den VRA-Token und halt dadurch, dass Burning auch verbessert wird, verschnellert wird. Und es bleibt spannend, wie sich das am Ende dann auch verhalten wird. Aber ich habe auch hier auf X heute Morgen das Ganze auch retweetet und dazu auch Folgendes geschrieben. Finde ich schon mal super, dass wir von Veracity nun etwas mehr Klarheit zu VRA und POV bekommen konnten. Klingt schon mal sehr gut und kann positiv sein, wie auch im letzten Video drüber gesprochen. Am Ende interessiert es mich aber am meisten, wenn es dann wirklich umgesetzt wird. Man kann viel reden und versprechen. Alleine mit der Handelsoption wurden Dinge anders gemacht als gesagt. Bin gespannt, dennoch bleibe ich bei meiner Meinung aus dem letzten Video. Dass ich eher zwiegespalten bin und dass ich jetzt gerade eher mit Vorsicht das Ganze einfach betrachte. Und die Telegram-Gruppen habe ich heute Morgen bei uns im Discord auch gelesen. Die flippen gerade wieder richtig aus und vor einigen Tagen war da noch richtig viel Fahrt. Jetzt wird nur noch von 100x geredet. Und das untermalt und unterstreicht eigentlich sehr, sehr gut, was ich hier auch immer predige. Und zwar, dass wir aktuell im Markt ausschließlich Meinungen, Versprechungen, Narrativen und diese ganzen Dinge handeln. Wir handeln noch keine anwendbaren Dinge. Wir handeln Meinungen von anderen Menschen. So, jetzt kam so ein Artikel raus und die Menschen sind wieder hyped. Was passiert? Sie investieren wieder in dieses Projekt. Und wenn irgendwelche negativen News wieder kommen, dann nehmen sie dieses Invest wieder raus. So, und das ist jetzt nicht nur bei diesem Projekt so, sondern bei sehr, sehr vielen anderen Projekten genauso. Ja, aber das unterstreicht halt genau das, wie der Kryptomarkt funktioniert. Wir handeln Hypes. That's it. Und da muss man einfach mit klarkommen und sich dessen auch bewusst sein und das Ganze auch vor allem rational betrachten. Natürlich sind das jetzt hier sehr, sehr positive News. Muss man natürlich dazu sagen. Aber es ist aktuell bisher nur ein Versprechen. Also ich bin gespannt, wenn das Ganze dann wirklich umgesetzt wird, wenn diese Migration stattgefunden hat, wenn wir das wirklich sehen, wie das Ganze ablaufen wird. Und erst dann kann man sich wirklich eine konkrete Meinung bilden. Weil bisher haben sie sich jetzt nicht anders gehalten, was gesagt worden ist. Demnach bleibt es jetzt spannend, wie sich das hier verhalten wird. Ja, aber das wollte ich hier in dieses Video auch nochmal mit reinnehmen. Dann habe ich ja im April Coin Video von einem Sektor gesprochen, der auch interessant ist und zwar Real World Assets. Ja, und hier ist jetzt ein Projekt, von dem ich wirklich niemals mehr erwartet hätte, dass ich nochmal hier auf YouTube davon sprechen werde, weil ich das eigentlich abgeschrieben hatte. Und man sieht es hier auch direkt und zwar Largest Gainers Labs. Ja, ich habe nämlich wieder mal Labs eingekauft, heute Morgen sogar noch. Und ich hätte echt niemals damit gerechnet, dass dieses Projekt nochmal aufbacht. Aber heute Morgen wurde halt in der Telegram Community Gruppe, die by the way kostenlos ist, deswegen, wenn du dich dafür interessierst, gerne reinkommen. Den Link dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Da wurde reingeschrieben, hey, Labs postet wieder seit zwei Tagen auf Twitter. Und da wurde ich schon hellhörig, habe mir den Kurs mal angeschaut, habe gesehen, innerhalb der letzten 30 Tage 159 Prozent hingelegt. Das ist schon mal ordentlich, aber wenn wir uns hier das Maximum mal anschauen, verhält sich das Ganze hier immer noch sehr, sehr schwach, wenn wir uns mal das Gesamtbild angucken. Und warum ich da jetzt gerade so lächeln muss, ist, weil Labs Group damals eines der vielversprechendsten Projekte für mich persönlich war. Ja, eines meiner allerersten Videos ging hier über Labs Group. Da habe ich auch davon gesprochen, dass es halt ein Projekt ist mit 100x Potenzial und ich habe sehr, sehr viel auch über Labs Group berichtet. Ich war immer bullisch, was das Projekt angeht. Doch eines Tages hat der CEO Bernhard Lau echt scheiße gebaut. Ja, und hat sich echt nicht cool verhalten und hat dieses Projekt eigentlich irgendwo gegen die Wand gefahren. Eigentlich ziemlich genau, als der NFT Sale stattgefunden hat, also dieser Owner Circle NFT, wovon ich auch einige habe. Da bin ich auch gespannt, was da irgendwann mal daraus wird, weil wenn ich immer auf Twitter gehe, ist das halt der letzte Post hier von Oktober 2023 und danach hat man einfach gar nichts mehr gehört von diesem Projekt. Nichts mehr. Ja, es ging nichts mehr. Ich habe dann auch irgendwann mal meine Position aufgelöst, weil ich mir gesagt habe, hey, schade drum, das Projekt an sich ist meiner Meinung nach immer noch eines der vielversprechendsten Real World Assets Projekte, wenn sie das wirklich richtig umsetzen, was sie vorhaben. Und damals war es auch so, ich kenne kein anderes Projekt, was so ein cooles Ökosystem hat und so eine geile Vision hatte, wie halt Labs Group und insbesondere halt mit Stanex. Ja, und jetzt kam ich heute Morgen, nämlich hier auf einem Tweet bei Stanex, der mich irgendwo wieder bullisch gestimmt hat. Und zwar, wenn ich hier mal auf diesem Twitter-Profil etwas runter scrolle, sieht man halt hier, dass Gala Games mit Stanex eine Kooperation eingegangen ist. Und zwar, dass sie hier mit der Gala Chain kooperieren und das Ganze ist halt hier wirklich auf Gala gepostet worden und sie haben halt hier dieses Ziel, mit Stanex das Ganze zu verwirklichen. Und das hat mich doch schon bullisch gestimmt, weshalb ich jetzt einfach mal gesagt habe, dass ich hier mal eine kleine Position wieder aufbaue. Ich bin immer noch sehr, sehr zwiegespalten, was das Projekt angeht. Ich meine, der CEO hat sich wohl jetzt geändert. Es gibt nicht mehr den Bernhard Lau, aber es war auch damals schon sehr, sehr shady. Wenn sie es jetzt allerdings schaffen, dass sie das Projekt wirklich wieder umlenken können, die Community wird wieder positiv gestimmt und sie liefern wirklich ab, dann kann dieses Projekt wirklich sehr, sehr schnell hier zu anderen Höhen anwachsen, weil es ist ein sehr kleines Projekt, 1,9 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, also wirklich gar nichts. Es ist High Risk. Aber wenn das Projekt wirklich performt und das habe ich damals auch schon gesagt, dann kann man hier einiges erwarten. Und mit solchen News und Updates kann man doch schon etwas bullischer sein. Aber nochmals gesagt, ich bin da immer noch zwiegespalten, will aber trotzdem wieder in diesem Projekt drin sein, weil es durchaus echt positive News sind. Deshalb wollte ich das Ganze auf YouTube auch direkt mal mit euch teilen, weil ich über dieses Projekt ja auch damals sehr, sehr oft gesprochen habe. Wenn du dich allgemein dafür interessierst, welche Projekte ich denn so kaufe und verkaufe, werde gerne Patreon, denn auf Patreon teile ich das. Ich teile dort, wenn ich Projekte kaufe, wenn ich sie verkaufe, ich teile dort meine Exit-Strategien, ich teile dort exklusiven Content, exklusive Inhalte. Du hast einen Community-Discord, wo du dich mit anderen Patreons austauschen kannst, wo du auch nochmal zusätzlichen Content erhältst und jede Woche mache ich Q&A-Livestreams, wo du mich alles Mögliche fragen kannst, was du möchtest. Also check es gerne aus, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir mal eure Meinung zum Markt in die Kommentare. Wie verhaltet ihr euch aktuell? Welche Projekte kauft ihr nach? Oder haltet ihr einfach nur die Füße still und beobachtet das Ganze jetzt erstmal? Lasst mir vor allem auch mal euer Feedback zu VRA und vor allem auch Labs Group in den Kommentaren da. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, um den Algorithmus zu pushen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos von mir anzuschauen, schau dir gerne einmal hier das letzte Video an, was ich hochgeladen habe und einmal hier ein Random Video, wo YouTube der Meinung ist, dass es dir gefällt. Das war es auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Uncut Talk. Bis morgen. Peace. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.